Herzlich Willkommen hier in Köln zum Column Beach Style. Heute direkt an diesem Wochenende. Wir befinden uns hier und wir haben auch mal ein bisschen schon für euch rumgeschaut. Wie ihr hört, die Musik läuft schon ordentlich und wir haben auch gerade erfahren von der Zentrale durchbekommen, dass soeben der Check-in begonnen hat und da werden wir mit euch auch gleich mal hingehen, denn das ist natürlich jetzt der Anfangsbereich, wo das Ganze hier losgeht. Die Athleten melden sich an, haben auch noch mal einen Zwischencheck bzw. einen Zwischenwegen, um natürlich den Regeln auch konfus zu wehren und ich glaube, die sind auch alle ziemlich aufgeregt. Hier soll der Marathon beginnen, der heutige Marathon. Column Beach Style. Aktuell haben wir glaube ich 90 Athleten gemeldet, wenn ich richtig sehe. Wir haben drei Männer für Siegklassen, zwei Bikini-Klassen, also da kommt richtig was auf die Bühne, richtig viel hübsches Fleisch natürlich auch. Wir haben natürlich das Wetter mitgebracht, die Muskeln müssen die Athleten selber mitbringen und dann werden wir hier vorne auch mal warten. Entschuldigung, ganz kurz. Du siehst aus, als ob du heute startest. Liege ich da richtig? Zum ersten Mal heute, ja. Zum ersten Mal? Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Und meinst du, das Wetter spielt noch weiterhin so mit oder der Wettkampf alleine muss richtig Bomben. Ne, das Wetter, das stimmt auch heute. Also passt alles. Passt alles. Super. Viel, viel Erfolg. Dankeschön. Ja, doch eher gelassen. Das werden wir aber auch noch ganz anders sehen, denn hier werden auch noch ein paar Athleten kommen. Da sind schon ein, zwei Tropfen in der Hose, würde ich sagen, vor Aufregung. Wir erhaschen uns aber gleich nochmal ein. Wollen wir einfach mal dazwischen gehen. Wollen wir so freck sein. Hier wird nochmal gerückt und gezuttelt, geschaut, dass alles passt. Ja, soviel zum Check-in. Jetzt geht's so langsam los und wir sind auf jeden Fall dabei und werden weiterhin schauen, dass hier alles natürlich von Regeln läuft.